Sie sieht ihr immer ähnlicher Punkt. Hier schlagen Muttis Gene voll durch. Jennifer Garners älteste Tochter Violet ist inzwischen ganz die Mama, wie wir im Video zeigen. Vater Ben sorgt für einen Eklat. Die gemeinsame Tochter von Jennifer Garner und Ben Affleck feierte am 1. Dezember ihren 16. Geburtstag. Ob sie die jüngsten Schlagzeilen rund um ihren Vater und ihre Mutter wohl auch verfolgt hat? Zuletzt sorgte Ben Affleck mit einem Dissertation gegen seine Ex-Frau für einen Eklat. In einem Interview erklärte der Freund von Jennifer Lopez, dass ihn erst seine unglückliche Ehe in die Alkoholsucht getrieben habe. Neben Violet gingen aus der Ehe der beiden Hollywood-Stars, die sich 2015 trennten und 2018 scheiden ließen, noch die Kinder Serafina, 12, und Samuel, 9, hervor. Seitdem arbeiten die Schauspieler hart daran, ihre drei Kinder gemeinsam zu erziehen. Dabei kommt es offenbar auch zu Meinungsverschiedenheiten. Zwischen Violet und Jennifer scheint die Welt aber in Ordnung. Die beiden wurden kürzlich händchenhaltend bei einem Shopping-Bummel gesichtet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020